Es ist uns eine große Ehre, dass ein so wichtiges Ministerium wie das der Gesundheit einen so würdigen Vertreter wie Sie, Herr... Kato, Kato, Inspekteur der Desinfektionsabteilung. Hier ist meine Karte. Herr Kato, ja, aber bei uns ist doch alles in Ordnung. Wir turnen jeden Morgen, wir kochen die Früchte ab und das Gemüse und es sind noch nie, bis auf das bisschen Ruhe in der Nachbarschaft, Gott sei Dank nicht bei uns, aber das ist ja auch kein Wunder bei diesem Wetter und da nicht zu essen. Deshalb bin ich ja hier. Wegen des Essens? Natürlich nicht, wegen der Ruhe. Bei uns? Aber ich sagte, dass bei uns niemand... Das ganze Viertel wird desinfiziert. Vorbeugung, Sie verstehen nicht, wa? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und die Besatzungsbehörden haben deshalb angeordnet, dass das ganze Viertel desinfiziert wird. Das ganze Viertel ist ja auch nicht. Das ganze Viertel ist ja auch nicht. Das ganze Viertel ist ja auch nicht. Das ganze Viertel ist ja auch nicht.